Hans Christian Andersen Ein Unterschied ist da Es war im Maimonat, der Wind blies noch kalt, aber der Frühling ist da, sagten Büsche und Bäume, Feld und Flur. Es wimmelte von Blumen bis in die lebendigen Hecken hinauf, und dort führte der Frühling selbst seine Sache, er predigte von einem kleinen Apfelbaume herab, dort hing ein einziger Zweig frisch und blühend, mit feinen, rosenroten Knospen überstreut, welche im Begriff waren, sich zu öffnen. Er wusste recht wohl, wie schön es sei, denn es liegt im Blatte sowohl wie im Blute. Deshalb überraschte es ihn auch nicht, als ein herrschaftlicher Wagen vor ihm anhielt, und die junge Gräfin sagte, dass ein Apfelzweig das Lieblichste sei, das man sehen könne. Er sei der Frühling selbst, in seiner herrlichsten Offenbarung. Der Zweig wurde abgebrochen. Sie nahm ihn in ihre feine Hand und beschattete ihn mit ihrem seidenen Sonnenschirme. Dann fuhren sie nach dem Schlosse, wo sich hohe Säle und prächtige Zimmer befanden, klare weiße Gardinen flatterten vor den offenen Fenstern, und herrliche Blumen standen in glänzenden, durchsichtigen Vasen, und in eine derselben, die wie aus frisch gefallenem Schnee geschnitten war, wurde der Apfelzweig zwischen frische Lichte Buchenzweige gesteckt. Es war eine Lust, ihn zu sehen. Da wurde der Zweig stolz, und das ist ja menschlich. Es kamen verschiedenartige Leute durch die Zimmer, und je nachdem sie etwas galten, durften sie ihre Bewunderung aussprechen. Einige sagten nichts, andere wiederum zu viel, und der Apfelzweig verstand es, dass ein Unterschied zwischen den Gewächsen sei. Einige sind zum Staate und einige zum Ernähren da. Es gibt auch solche, die man ganz entbehren könnte, meinte der Apfelzweig, und da er gerade vor dem offenen Fenster stand, von wo aus er in den Garten und auf das Feld sehen konnte, so hatte er Blumen und Gewächse genug, um sie zu betrachten und darüber nachzudenken. Dort standen Reiche und Arme, einige gar zu Ärmliche. Arme, verstoßene Kräuter, sagte der Apfelzweig. Ein Unterschied ist freilich da. Wie unglücklich müssen sie sich suhlen, wenn die Art so fühlen kann wie ich und meinesgleichen. Freilich ist ein Unterschied da, aber der muss auch gemacht werden, sonst wären sie ja alle gleich. Und der Apfelzweig sah mit gewissem Mitleid besonders auf eine Art von Blumen, welche sich in Mengen auf Feldern und in Gräben vorfanden. Keiner band sie zum Strauße, sie waren gar zu gewöhnlich, ja, man konnte sie selbst zwischen dem Steinpflaster finden. Sie schossen wie das ärgste Unkraut hervor und hatten den hässlichen Namen »Armes, verachtetes Gewächs«, sagte der Apfelzweig. »Du kannst nichts dafür, dass du den hässlichen Namen erhieltest, welchen du führst, aber mit den Gewächsen ist es wie mit den Menschen. Ein Unterschied muss sein.« »Unterschied«, sagte der Sonnenstrahl und küßte den blühenden Apfelzweig, küßte aber auch die gelben Hunsblumen draußen auf dem Felde. Alle Brüder des Sonnenstrahls küßten sie, die armen Blumen sowohl wie die reichen. Der Apfelzweig hatte niemals über Gottes unendliche Liebe gegen alles, was da lebt und sich in ihm bewegt, nachgedacht und wie viel Schönes und Gutes verborgen, aber nicht vergessen, daliegen kann. Aber auch das war menschlich. Der Sonnenstrahl, der Strahl des Lichts, wußte es besser. »Du siehst nicht weit, du siehst nicht klar. Welches ist das verachtete Kraut, das du namentlich beklagst?« »Die Hunsblume«, sagte der Apfelzweig. »Niemals wird sie zum Strauß gebunden, sie wird mit Füßen getreten. Es sind ihrer zu viele, und wenn sie in Samen schießen, so steigen sie wie kleingeschnittene Wolle über den Weg und hängen sich an die Kleider der Leute. Unkraut ist's. Aber auch das soll ja sein. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich keine jener Blumen geworden bin.« Und über das Feld kam eine Schar Kinder. Das jüngste derselben war noch so klein, dass es von den anderen getragen wurde. Als es zwischen den gelben Blumen in das Gras gesetzt wurde, lachte es laut vor Freude, zappelte mit den Beinchen, wälzte sich umher, pflückte nur die gelben Blumen und küsste sie in süßer Unschuld. Die etwas größeren Kinder brachen die Blumen von den hohen Stielen, bogen diese rund in sich selbst zusammen, Glied an Glied, sodass eine Kette daraus entstand, erst eine für den Hals, dann eine, um sie über die Schulter und über den Leib zu hängen, und dann noch eine, um sie auf der Brust und auf dem Kopf zu befestigen. Das war eine Pracht von grünen Gliedern und Ketten. Aber die größten Kinder fassten vorsichtig die abgeblühte Blume beim Stängel, der die gefiederte, zusammengesetzte Samenkrone trug. Diese lose, luftige Wollblume, welche ein rechtes Kunstwerk ist, wie aus den feinsten Federn, Flocken oder Daunen, hielten sie an den Mund, um sie mit einem Malereien abzublasen, und wer das konnte, bekam, wie die Großmutter sagte, neue Kinder, bevor das Jahr zu Ende ging. Die verachtete Blume war bei dieser Gelegenheit ein Prophet. »Siehst du«, sagte der Sonnenstrahl, »siehst du ihre Schönheit? Siehst du ihre Macht?« »Ja, für Kinder«, antwortete der Apfelzweig. Und eine alte Frau kam auf das Feld und grub mit ihrem stumpfen, schaftlosen Messer um die Wurzel des Krautes und zog diese heraus. Von einigen der Wurzeln wollte sie sich Kaffee kochen, für andere wollte sie Geld lösen, indem sie dieselben dem Apotheker verkaufte. »Schönheit ist doch etwas Höheres«, sagte der Apfelzweig, »nur die Auserwählten kommen in das Reich des Schönen. Es gibt einen Unterschied zwischen den Gewächsen, wie es einen Unterschied zwischen den Menschen gibt.« Der Sonnenstrahl sprach von der unendlichen Liebe Gottes, die sich im Erschaffenen offenbart und von allem, was Leben hat, und von der gleichen Verteilung aller Dinge in Zeit und Ewigkeit. »Ja, das ist nun ihre Meinung«, sagte der Apfelzweig. »Es kamen Leute in das Zimmer, und die junge, schöne Gräfin erschien, sie, welche den Apfelzweig in die durchsichtige Vase gestellt hatte, wo das Sonnenlicht strahlte. Sie brachte eine Blume oder was es sonst sein mochte, der Gegenstand wurde von drei bis vier großen Blättern verborgen gehalten, welche wie eine Tüte um ihn gehalten wurden, damit weder Zug noch Windstoß ihm Schaden tun solle, und er wurde so vorsichtig getragen, wie es mit einem Apfelzweige niemals geschehen war. Vorsichtig wurden nun die großen Blätter entfernt, und man sah die feine, gefiederte, Samenkrone der gelben, verachteten Hunsblume. Die war es, welche sie so vorsichtig gepflückt hatte, so sorgfältig trug, damit nicht einer der feinen Federpfeile, welche ihre Nebelgestalten bilden und lose sitzen, fortwehen sollte. Unversehrt trug sie diese und bewunderte ihre schöne Form, ihre luftige Klarheit, ihre ganz eigentümliche Zusammensetzung, ihre Schönheit, die so im Winde verwehen sollte. »Sieh doch, wie wunderbar lieblich Gott sie gemacht hat«, sagte sie. »Ich will sie mit dem Apfelzweige zusammen malen. Den finden alle so unendlich schön. Aber auch diese arme Blume hat auf eine andere Weise ebenso viel vom lieben Gott erhalten. So verschieden sie auch sind, sind sie doch beide Kinder im Reiche der Schönheit. Der Sonnenstrahl küßte die ärmliche Blume und den blühenden Apfelzweig, dessen Blätter dabei zu erröten schienen. Liebe Freunde des Hörkanals, einer meiner Lieblingspusteblumentexte kommt von Joachim Ringelnatz. Und wenn ihr möchtet, dann klickt auf die Infokarte, dann könnt ihr ihn euch anhören. Ich habe ihn letzten Sommer veröffentlicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühling. Eure Eva Ich wünsche euch einen wunderschönen 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 W